Herzschmerz für die königliche Familie, da Veranstaltung im Haus von Prinzessin Anne nach 40 Jahren abgesagt wurde. Ein Traum von Prinzessin Anne und ihrem ersten Ehemann Kapitän Mark Phillips scheint wegen steigender Kosten zu Ende gegangen zu sein. Eine Reitveranstaltung, die seit 40 Jahren auf dem Landsitz von Prinzessin Anne stattfand, wurde aus Kostengründen abgesagt. Das Festival of British Eventing, das erstmals in den 1980er Jahren im Gatcombe Park stattfand, wurde von seinen Organisatoren für undurchführbar erklärt. Prinzessin Anne und ihr erster Ehemann, Kapitän Mark Phillips, bereiteten die Veranstaltung auf dem 700 Hektar großen königlichen Anwesen in Glastashire vor. Die Organisatoren haben am Montag, 4. März, ein Update auf der Festival-Website veröffentlicht. Darin hieß es, mit großer Trauer geben wir bekannt, dass das Magic Millions Festival of British Eventing im Gatcombe Park dieses Jahr nicht stattfinden wird. Punkt Trotz der großen Entschlossenheit des Organisationsteams ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsklimas nicht möglich. Punkt Die Organisatoren erklärten, das ungünstige Wetter in Gatcombe letztes Jahr habe dazu geführt, dass die Veranstaltung abgebrochen wurde, und die ständig steigenden Kosten, die mit dem Betrieb auf einer grünen Wiese verbunden seien, hätten die Durchführung des Festivals undurchführbar gemacht. Annes Sohn Peter Phillips, Veranstaltungsleiter, sagte, mit schwerem Herzen kann das Festival, das seit 1983 eine wichtige Rolle im britischen Vielseitigkeitskalender spielt, dieses Jahr nicht stattfinden. Punkt Die Veranstaltung ist seit 40 Jahren auch ein wichtiger Teil des Lebens meiner Familie und vieler anderer. Dadurch ist eine große Gemeinschaft entstanden, die das Festival jedes Jahr genießt und feiert. Punkt Sein Vater, Kapitän Mark Phillips, der die Veranstaltung leitet, sagte, die Pferdeprüfungen in Gatcombe und in jüngerer Zeit das Festival auf British Eventing seien seit mehr als 40 Jahren ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen, als er und Prinzessin Anne den ersten Traum hatten. Punkt Er fügte hinzu, der Traum wurde Wirklichkeit und mit ihm viele besondere Erinnerungen an die vielen Reiter, Pferde, Freiwilligen, Sponsoren und Zuschauer, die alle maßgeblich zur Geschichte der Pferderennen im Gatcombe-Park beigetragen haben. Punkt Es ist wirklich eine große Traurigkeit, dass sich das ursprüngliche Modell und tatsächlich der Sport so sehr verändert hat. Seit Covid sind die Kosten, insbesondere die Versicherung, so stark gestiegen, dass die Zahlen nicht mehr stimmen. Punkt Es ist das Ende einer Ära, die nächsten 40 Jahre des Sports werden anders sein, hoffen wir, dass es genauso besonders wird. Punkt Untertitelung des ZDF, 2020